Herzlich Willkommen zum heutigen Videoblog. Ich möchte mit reinnehmen, was geniales in der Kinderkirche gerade passiert. Vor zwei Wochen haben wir eine Sonderkollekte eingesammelt und über 1500 Euro wurden gespendet, damit die Kinder diese genialen Räume in Beschlag nehmen können. Hier siehst du den Eingangsbereich, wo man die Kinder vor dem Gottesdienst abgeben kann. Dann kommt man in den Raum rein, der liebevoll geschmückt ist und ich finde es absolut genial, was jedes Kinderkirchen-Team leistet und bereitstellt, damit Kinder Kirche neu erleben können, Gott neu erleben können. Ich bin zutiefst berührt von der Liebe und von der Wertschätzung für die Kleinsten der Kleinen bis zu den Mittelgroßen und ich habe dir diese Impression vorbereitet, um Danke zu sagen, alle denen, die mitarbeiten und auch Danke alle denen zu sagen, die gespendet haben und weiter spenden, damit Kinder Kirche neu erleben können. Hier noch einige Impressionen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.